Ägypten ist unserer Meinung nach eines der schönsten Urlaubsländer der Welt. Heute wollen wir euch in diesem Video einmal 10 Tipps zeigen, was eure Reise auch angenehmer machen wird. Vor allem von der Buchung, über die Reise und dem Aufenthalt. Am Schluss gibt es sogar noch einen Bonus-Tipp. Ich bin der Christian und mit meiner Frau Natalia kommen wir hier schon seit 20 Jahren hin. Dieses wunderschöne Land wird bestimmt euch auch gefallen. Oder hat euch schon gefallen, wenn ihr schon mal da wart. Also, schaut euch doch mal die 10 Tipps an. Ja, aber es ist überhaupt ratsam nach Ägypten im Moment zu gehen. Das Auswärtige Amt hat auf der offiziellen Webseite eine Teilreisewarnung veröffentlicht. Und dort wird halt gesagt, dass man an die ägyptisch-israelische Grenze in diese Region nicht reisen sollte. Was ja natürlich auch klar ist. Man sollte auch in die Gebiete der Sahara nicht alleine reisen. Und auch in Kairo aufpassen, wenn Demonstrationen sind. Oder auch, wenn man sich im Süden der Sinai-Halbinsel, also in der Nähe von Sharm El Sheikh, befindet, sollte man auch nicht Reisen machen, wie in die Wüste gehen oder sowas. Und da sind halt gefährliche Spots, die sollte man meinen. Aber wenn ihr jetzt einen Urlaub bucht und die Zeit näher rückt, dann schaut auf jeden Fall nochmal auf der Seite des Auswärtigen Amtes. Dann wisst ihr dann genau Bescheid, welche Warnungen zu dem Zeitpunkt aktuell sind. Ja, was ist die beste Reisezeit? Die beste Reisezeit für Ägypten ist grundsätzlich zwischen Oktober und Mai. Da sind milde Temperaturen und das Wasser ist noch ziemlich warm. Allerdings zwischen Januar und März, da kann das Wasser natürlich auch noch ein bisschen kalt sein. Aber okay, man kann trotzdem schwimmen. Es ist so zwischen 20 und 22 Grad warm. Und in den Sommermonaten, da ist es natürlich super heiß. Und da ist es für einige halt nicht angenehm bei 40 Grad. Und das sollte man auch berücksichtigen. Regen ist fast nieder. Heute hatten wir mal einen kleinen Regen, eine Stunde, das total ungewöhnlich ist. Hier in Masa Alam haben die Leute schon gesagt, wir haben seit sechs Jahren keinen Regen mehr erlebt. Aber heute war es dann mal so weit. Und der Strand ist auch total leer und es sind keine Menschen unterwegs, weil es halt so ungewöhnlich ist. Und die Leute nicht vor die Tür gekommen sind. Ja, jeder Urlaub fängt mit der Buchung an. Und deshalb sollte man sich natürlich überlegen, wie man buft. Natürlich kann man zum Reisebüro gehen, da kriegt man eine Beratung. Vielleicht war derjenige auch schon in einem Hotel, der einen berät. Aber man kann natürlich auch online schauen. Die Onlineportale sind immer besser geworden in den letzten Jahren. Man kann dort auch mit den Mitarbeitern chatten und auch telefonisch vielleicht einige Fragen stellen. Und natürlich ein großer Pluspunkt der Onlineportale ist es, das ist natürlich der Preis. Wenn ihr euch die Hotels anschaut, guckt euch gut die Gästebewertungen an, wie das Hotel bewertet ist, was da für eine Beschreibung ist. Lest euch das genau durch. Schaut euch auch Google Maps mal an. Wo liegt das Hotel? Wenn das Hotel zum Beispiel in so einer kleinen Bucht liegt, wenn Wind ist, wenn Wellen sind, dann kann man trotzdem in der Bucht noch schwimmen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn das Hotel so einen Steg hat, was rausgeht. Das kann man auch auf Google Maps gut erkennen. Dann ist meistens ein schönes Riff vorgelagert, wo man dann schön schnorcheln kann, wo man sich die Unterwasserwelt schön anschauen kann. Und das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt. Wenn ihr gerne taucht und auch schnorchelt und viele Fische sehen wollt, dann ist natürlich Master Alarm sehr, sehr gut. Hier in Master Alarm, wo wir auch gerade sind, ist es generell etwas wärmer. Es gibt mehr Fische. Ihr könnt teilweise Delfine sehen. In diesem Urlaub haben wir auch schon welche gesehen. Oder auch Meeresschildkröten. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr sogar Seekühe. Auch die Flugzeit sollte man sich gut anschauen. Es gibt ja natürlich unterschiedliche Flüge. Es gibt Nachtflüge morgens. Und wenn man natürlich ausberuht an den Ferienort ankommt, ist das natürlich besser. Deshalb, da solltet ihr auf jeden Fall auch nochmal drauf achten. Wenn ihr jetzt noch mit den Flugzeiten ein bisschen rumspielt, dann seht ihr, dass ihr vielleicht auch ein kleines Schnäppchen machen könnt, wenn ihr den Flug etwas verlängert. Dann findet ihr teilweise bessere Angebote. Das liegt daran, dass die Flüge dann besser sind. Und deshalb schaut euch mal diese Varianten auch an, wenn ihr ein bisschen flexibel seid. Verlängert den Urlaub um ein, zwei Tage. Und da könnt ihr teilweise ein gutes Schnäppchen machen. Achtet darauf, dass euer Pass noch mindestens sechs Monate Gültigkeit hat, bevor ihr nach Ägypten einreist. Das Visum, da müsst ihr euch noch nicht drum kümmern. Und das passiert in Ägypten. Aber da haben wir festgestellt, dass viele da auch noch nicht so gut mit zurechtkommen. Nach so einer langen Anreise mit dem Flugzeug, vielleicht hat man nicht so gut geschlafen. Dann kommt man in den Bus rein, kein Platz, heiß, das Klima hat sich sofort geändert. Dann wird man durch die Gänge geschleust und kommt dann zur Passkontrolle hin. Das ist ein großer Raum. Und dann stehen da ganz viele Reisevertreter und rufen deinen Namen vielleicht, rufen deine Reisegesellschaft. Und automatisch fühlt man sich natürlich geborgen. Man denkt, oh, man wird hier schön abgeholt. Und wenn einem dann erklärt wird, dass man noch ein Visum braucht, dann ist man natürlich auch geneigt, demjenigen zu vertrauen und da auch sein Visum zu kaufen. Was man aber nicht gemerkt hat, dass man für diesen Service ein bisschen mehr bezahlen muss. Denn wenn man sich umgedreht hätte, dann hätte man da einen kleinen Schalter gesehen, wo man sein Visum für deutlich weniger bekommen kann. Also achtet darauf, wenn ihr in die Halle reinkommt, schaut mal nach links oder nach rechts. Da ist ein kleiner Schalter, da könnt ihr euer Visum billiger bekommen. Die nächste Geschäftsidee der Ägypter lässt nicht lange auf sich warten. Und sobald wir am Kofferband stehen, kommen auch schon fleißige Helfer an, um uns unsere Koffer abzunehmen und sie uns dann mit dem Kofferwagen zu transportieren. Für den einen oder anderen ist das okay. Man muss sich nur bewusst machen, dass eigentlich das nur vom Kofferband bis zur Kofferkontrolle ist, was sind so 200, 300 Meter vielleicht, und dann noch bis zum Bus. Das ist vielleicht 500 Meter. Wer darauf verzichten kann, okay. Wer nicht darauf verzichten kann, sollte sich bewusst machen, dass das mindestens 5 bis 10 Euro kostet für diesen kleinen Weg. Das müsst ihr selber wissen. In vielen Hotels ist die WLAN-Geschwindigkeit nicht sehr gut. Oder auch nicht sehr stabil. Deshalb sollte man sich lieber eine ägyptische SIM-Karte kaufen. Bei unseren letzten Urlauben haben wir mal so einige Ägypter gefragt. Auch ein paar Flugbegleiter von der Egypt Airline, wo wir mit geflogen sind. Und alle haben uns gesagt, dass der beste Versorger ET Salat ist. Damit haben wir auch super Erfahrungen gemacht. Wo wir jetzt in Hougada am Flughafen waren, haben wir uns bei ET Salat am Stand direkt eine SIM-Karte gekauft. Und der Mitarbeiter dort sagte, in einer Stunde werde ich die dann aktivieren. Da hatten wir aber so ein bisschen ein ungutes Gefühl, weil wir konnten ja auch nicht eine Stunde am Flughafen warten. Aber es stimmte alles, was er gesagt hat. Auch die Gigabyte-Anzahl, die er uns verkauft hat, stimmte alles. Und wenn ihr das nachprüfen wollt, ist es auch bei ET Salat ganz einfach. Da könnt ihr einfach euch die App runterladen und dann könnt ihr dann alles nachprüfen. Wenn ihr andere Erfahrungen mit eurer SIM-Karte gemacht habt, dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren und ist bestimmt auch interessant für die anderen Zuschauer. Also, schreibt uns doch mal einen Kommentar. Ein angenehmer Schlaf ist für euren Urlaub natürlich super wichtig. Deshalb beachtet folgenden Tipp. Wenn ihr eincheckt, fragt doch nach einem ruhigen Zimmer. Ansonsten kann es nämlich sein, dass ihr ein Zimmer bekommt, was ziemlich nah an der Abendanimation dran ist. Und die kann schon ziemlich laut sein. Außerdem könnt ihr auch nach dem Zimmer fragen, was in der oberen Etage ist. Und da könnt ihr auch lüften und seid wahrscheinlich nicht so viel von den Moskitos belästigt. Und dann, wenn einer von euch vielleicht unruhig schläft, dann ist es auch gut, nach zwei Einzelbetten zu fragen. Und dann, wenn ihr mitigate, könnt ihrなんだ und da Nachhopes behalten. Erfrischend. Ja, das Leitungswasser hier in Ägypten sollte man eigentlich nicht zum Trinken nehmen. Empfindliche Personen sollten das auch nicht zum Zähneputzen nehmen. Hier in den Hotels in Ägypten wird eigentlich überall Trinkwasser angeboten und so kann man darauf gut zugreifen. Auch die Spirituosen und Cocktails, da sollte man vorsichtig sein, weil der Alkohol hier nicht sehr gut ist. Lieber ist es, wenn man Wein trinkt oder mal ein Bier. Ich habe hier mal gerade eins. In den ägyptischen Hotels findet eigentlich jeder etwas zum Essen. Jeder Geschmack wird eigentlich abgedeckt. Ihr solltet nur natürlich in den ersten Tagen etwas darauf achten mit den frischen Salaten und so, weil die werden mit Leitungswasser gewaschen. Ansonsten achten die Hotels aber eigentlich darauf, sehr hygienisch zu sein und gute Sauberkeit wird eigentlich immer eingehalten. Aber wenn es dann doch mal zu einer Magenverstimmung kommt, dann geht ruhig schnell zur Apotheke. Die Medikamente hier kommen mit den Krankheitserregern ganz gut klar. Die sind halt auch auf die Krankheitserregler hier in Ägypten abgestimmt. Und das ist auch nicht so teuer. Macht das lieber schnell, ansonsten trägt sich das über mehrere Tage hinweg und das ist ja dann auch nicht so gut. Also euch erstmal eine gute Gesundheit und ich wünsche mir jetzt mal einen guten Appetit. Ja, wir alle haben unterschiedliche finanzielle Möglichkeiten, aber sicherlich für einen guten Service ein bisschen Trinkgeld dem Kellner zuzustecken, ist eine gute Sache. Aber was können die machen, die vielleicht nicht so viel Geld haben? Da gibt es auch einige Möglichkeiten. Zum Beispiel könntet ihr den Ägyptern das Geld wechseln. Viele von den Trinkgeldern sind halt Münzen und die können sie nicht umtauschen. Und deshalb ist es ganz gut, wenn wir vielleicht 5 Euro oder 10 Euro Scheine haben. Und dann können sich die Hotelangestellten das umwechseln und können in den Wechselstuben halt ihr Geld auf den ägyptischen Pfund umtauschen. Ja, und wenn ihr vielleicht nicht so viele Möglichkeiten habt, Trinkgeld zu geben, vielleicht am Ende des Urlaubs. Mal beobachten, wer euch einen schönen Service gegeben hat, wer euch nett behandelt hat und demjenigen dann vielleicht auch etwas zustecken, ist sicherlich eine nette Sache. Ja, und vergesst auch nicht, ein Dankeschön und ein Lob ist sicherlich auch gerne gesehen, denn wir haben das ja auch gerne. Wenn ihr einen der vielen Märkte in Ägypten besucht, dann werdet ihr um das Handeln einfach nicht herumkommen. Meistens wird euch ein Tee angeboten und das ist auch tief in der arabischen Kultur verankert, dass man zusammen einen Tee trinkt. Aber heutzutage wird das natürlich gerne gebraucht, um euch in ein längeres Verkaufsgespräch zu lenken und zu leiten. Das kann natürlich auch seinen Charme haben und macht bestimmt sicherlich schön Spaß, wenn man über einen Tee, über irgendetwas, was man kaufen will, vielleicht redet. Aber nach dem fünften Tee ist das vielleicht auch schon zu viel. Deshalb bleibt einfach immer freundlich und sagt einfach Nein, freundlich aber bestimmt, wenn ihr nichts kaufen wollt. Ihr solltet euch auch bewusst machen, dass man auf den ägyptischen Märkten ungefähr fünf bis zehnmal mehr erstmal aufschlägt. Und wenn ihr dann so euch das ausrechnet, dann kommt ihr ungefähr zu dem richtigen Preis. Also schaut euch erstmal um, informiert euch, was die Sachen so kosten und dann könnt ihr euch ja vielleicht auf so ein schönes Gespräch einlassen. Bis zum nächsten Mal. Ja, mein nächster Tipp gilt nicht nur den Urlaubern, die nach Ägypten fliegen, sondern eigentlich allen, die ins Flugzeug steigen. Ihr kennt ja die Regel, dass man nur Behälter mit 100 Milliliter Flüssigkeit mitnehmen darf. Aber was nicht verboten ist, dass man Behälter mit ins Flugzeug nehmen kann. Und so braucht man sich dann nicht teure Getränke kaufen. Man kann diese Behälter dann mit in den Flughafen nehmen, hinter der Sicherheitskontrolle. Dann das einfach auffüllen mit Trinkwasser und man hat genug Wasser auf dem Flug und auch vielleicht danach. Sogar in Ägypten, in Hogada und auch in Masa Alam gibt es solche Trinkwasserspender. Deshalb, wenn ihr das nächste Mal losfliegt, vergesst eure Behälter nicht. Denn dann habt ihr immer genug Wasser unterwegs. Ja, wir hoffen euch hat dieses Video gefallen und ihr konntet was aus den Tipps lernen. Und euer Urlaub wird auch so angenehm werden, wie unser Urlaub diesmal war. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen hoch. Das wird uns helfen, aber auch den vielen anderen, die vielleicht dieses Video mal schauen können und aus den Tipps was lernen. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall schon auf unserem nächsten Urlaub in Ägypten. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja da mal. Also, bis dahin! Bis zum nächsten Mal.